Hm. Ach, nö. So, das wurde schön gestapelt. Richtig schön. Okay. Munition. Und was ist hier? Ist hier ein Geheimnis? Hm. Okay. Na gut, dann ist mal der Biomechaniker dran. Und der ist jetzt auch da. Ist auch mal angekommen. Pasch bitte dran. Ja, wo ist denn der? Da ist er. Hat mich schon entdeckt, er freut sich. Was geht ab lange nicht mehr gesehen? So. So. Ja gut, ich raus. Hast jetzt alle Zeit der Welt, dich auszuruhen. Niemand wird dich stören. So. Nö, nö. Okay, viel zu viele. So. Viel zu viele. Na, ist mal knapp. Wat? Ja, wat? Ja, was soll denn der Scheiß? Okay. Ich muss da den Mafiamen rauspacken. Warum kommen so viele? Ja, warum so viele? Hä? Geht dann halt so. Vor die Schreiheitse kommen. Und die mal schön treffen. Jetzt keine Fehler machen. Äh, da. Schnell. Oh, nice. Der ist schön geflogen. Schnell nachladen. Shit. Okay. Okay. Keine Schreiheitse mehr. Das ist schön. Ach. Oh, Mensch. Die laufen schon. Okay, das ist nicht gut. Mit die schon laufen. Das heißt, die sind direkt da. Na, das ist nicht gut. Ja, was soll das denn? So. Nö, nö. Nö, nö, nö. Okay. Tja. Was das? Nö. Warum auch? Okay. Was ist das da hinten? Das sieht verdächtig aus. Hm. Okay. Schauen wir noch kurz hier vorbei. Aber das da könnte zum Pit führen. Ach, da ist noch einer. Wollte schon fragen, wer ist denn hier noch? Okay. Alles klar. Hier ist Walda's Pit. The Sonnweiss Procession. One cannot enter the Great Obelisk directly. Ancient rituals from the Book of the Dutch proscribe that a sacred procession must be carried in the Sonnweiss direction around the temple before Amun-Ra will open the door to the worshippers. Anyway, looks like you have to go through the door on the left and make a full circle around the Grand Obelisk. To find the key in the process. Ach, nö. So viele Umwege, ernsthaft. Schade, können wir das nicht irgendwie aufspringen, aber... Ja. Wir haben den Raketenwerfer nicht und es funktioniert auch nicht, leider. Ist zu gut geschützt. Hm. Okay. Ja, da müssen wir leider da durch. Wir müssen leider... Müssen sich dem stellen. Okay, wo sind die? Die hören sich so nah an. Hm. Ach, okay, da. Hehehehe. Und der ist wach geworden. Ach, das ist ein Herz. Das da. Oh shit. Hehehehe. Okay. Oh shit, okay, geh schnell zu. Bitte bleib zu. Okay, äh, Moment. Wie machen wir das? Kurz aufmachen und schnell weg. Mist, das kann man zwei rein, so ein Mist. Nicht gut. Okay, egal. Zwei gehen noch. Hehehehe. Wieso kann man die perfekt loswerden? Okay, shit. Kurz warten. Ähm. Ähm. Vier Stück. Machen gerade hier alles kaputt, okay. Ah, fuck. Tür geht zu. Okay. Okay. Wieder nur zwei durchgekommen, das ist perfekt. Ganz schnell die töten, na los komm her. Gut. Okay, zwei noch. Zwei. Zwei, zwei, na los komm ran. Komms nicht ran. Du bist so dumm. Okay, ich will nicht hier rein gehen. Ich trau mich nicht. Was ist Déjà-vu? Okay, warte. Was ist los? Fahren wir hier schon mal? Hm. Und ich glaube, wir hatten die Situation schon mal. Oh, shit. Oder? Hatten wir das schon mal? Hm. Kann sein. Was ist das jetzt? Oh, nice. Oh. Ja, das haut rein. Wartest los? Ach, jetzt kommen die. Jetzt kommen die. Interessant, aber die laufen weg. Da, wo laufen die denn hin? Na ja, erstmal den da. Der Biomechaniker. Ist so ein grosses Ziel. Kann man gar nicht verfehlen. Okay. Was machen die denn? Was machen die denn? Kommt ihr mal ran. Ihr Feiglingen, kommt ihr mal ran. Was macht ihr denn da? Was macht ihr denn da? Wollt ihr mich verarschen? Okay. Die wollen mich recht verarschen. Hm. Was machen die denn? Ich glaube, sie haben Orientierungsprobleme. Oder zu viel Energie. Und müssen rennen. kommen. So. Tschüss. Und die Nächsten. Bleib höher. So. Schön hier bleiben. So. Okay, sie kommen. Jetzt kommen sie immer so. Und hier greifen sie dann an. Interessant. Was für eine programmierte Route die haben. Das war interessant. Ach nö. Das sind noch mehr. Ernsthaft. Ach nö. Das sind noch mehr. Ich keine Lust haben. Nicht noch mehr. Ja. Hm. Okay. Ich glaube, die sind da drin. Das heißt, wir haben noch ein bisschen Verschnaufpause. Das ist gut. So. Okay. Wir brauchen einen Raketenwerfer. Hm. Okay. Jetzt nerven die wieder rum. Ist doch nicht so gut. Ist keine Verschnaufpause. Na toll. Okay. Das ist voll. Dann mal weiter. So. Perfekt. Okay. Das sind die. Komm mal ran. Oh, ist das süß. Die kleinen Hobbits. Und da kommt da einer. Ja, der kommt mal ran. Schön. Hehehe. Du, 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 du. Mafiamänen. Kugeln. Perfekt. Okay. Was geht jetzt ab? Wer hat mich hier entdeckt? Hm. Ach da oben. So. Tschüss. Okay. Jetzt geht hier wieder Party los. Eine Actionparty. So. Wollen wir schön die meisten mit dem da töten. Ah ne. Ah ne. Schnauze, du Scheißstier. Okay. Ach, ein Grundsmann. Okay. Aber solange keine Stiere. Solange die nicht kommen. Nein. So, Mist. Schön daneben geschossen. Matt. Okay. Ah, können wir tun. Oder es besteht schon. So. Die, 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 die. Na, ist doch knapp. Was wollte der wieder ballern? Okay. Hm. Bleib stehen. So. Mal schön wieder hin und her rennen. So. Ist echt niedlich. Hm. Ach, Mann. Okay. Ich treffe mit dem gar nicht mehr. Ist vorbei. Ich brauche wieder Zielwasser. Muss wieder was trinken. Weil die Wirkung geht immer so schnell vorbei. Okay. Tja. Okay, aber wenn die Kamikaze so seitlich laufen. Das sieht irgendwie seltsam aus. Na schön. Keine Kamikaze mehr. Das ist perfekt. So. Dann ist jetzt bald vorbei. Haben wir das auch überlebt? Ach, noch zwei. Okay, toll. Mensch. Nicht mehr ballern. Verdammt. Double der Sack. Okay, vergiss das. Schnell wechseln. So. Lassen wir das mit der Kettensäge. Ach, nein. Warum kommst du schon wieder? Verpiss dich bloß. Die Versauen nicht alles. Das sind die Partycrasher. So. Toll. Denn jedes Mal wenn eine coole Party ist, dann kommen die und stören. Die Stiere sind echt scheisse. Die mag niemand. Niemand mag euch. Shit. Keine Mafiamäen Kugeln mehr. Okay, das war's. Fast. Ein Kunstmann ist noch da. Okay. Wo steckt denn der fest? Ach. Ach, nee. So einer auch noch. Ähm, okay, wie mach ich das? Oh geil, Kugeln. Und. So. Hat schön ausgereicht. Schön daneben. So. Okay. Alles klar. Hm. Äh, was denn hier? Oder ist das der Hinterangang, wo wir hin müssen? Hm. Äh, da. Oder da. Was das jetzt? Oh, da warten noch ein paar. Die Türwärter. Hm. Hm. Okay. Oh, das war's. What? Okay, wer ist hier wo gespawnt? Naja. So, kurz was getrunken und weiter geht's. Ach, da warten schon ein paar. Kann aber nicht mehr zurück. Okay, noch ein Biomechaniker. Oh, das hört sich immer so nah an. Als wäre der direkt neben einem. Okay, dann mal hier weiter. Ich will das Monster sehen. Ich will das Monster sehen. Wo ist das Monster? Oh shit. Oh, das ist nicht gut. So. So viele Wächter. Die machen so viel Lärm. Schnauze, ihr seid viel zu laut. Okay. Okay. Ja, die zwei Biomechaniker. Schön sieht man die wieder. Aber die sind echt viel zu laut. Schnauze hier. Nicht so laut. Gut. So. Okay. Okay. Da ist noch einer. Bleib stehen. Hä? Hä? Na toll. Wo bist du? Wo bist du? Da bist du. So. So. Oh, da ist noch einer. Äh, geht auch nicht. Ist nicht hier. Oh shit. Sind wieder so viele hier. Äh, ich habe nicht mal viel Munition. Das ist nicht schön. Oh shit. Gut. So. Okay. Muss ich halt damit arbeiten. Muss ich damit platt machen. So. Ach nee. Fuck. Oh, Raketenwerfen. Okay, da muss ich hin. Da muss ich schnell hin. Autsch. Da kam noch einer von hinten. Ernsthaft. Ah, Mist. So. So. Ist gerade da hinten. Ist es gut. Vielleicht schnell in die Mitte gehen. Oh shit. So viele. So viele. Shit. Aha. Oh fuck. Jetzt geht's ab. Shit. Okay. Okay, okay. Ich muss mich sammeln. Ich muss erstmal hier weg. Fuck. Hu 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 hu. Oh, du hast mich nicht gesehen. Du hast mich nicht gesehen. Ich bin nicht da. Ich bin nicht da. Ah. Ah. Gut, haben wir nicht gesehen. Puh. Okay. So viele sind hier. Shit. Nicht gut. Na komm ran. Dann bist du schon mal weg. Weg. Na, geh weg. Stirne vom. Keine Zeit für dir. Ah, so viel Lärm. Hä, wo ist der hin? Hä, wo ist der hin? So. Na, es ging daneben. Shit. Ist wieder anaktiv. Wo ist denn der? Ah, schön getroffen. Autsch. Platz schön hier. Autsch. Okay. Das war interessant. Wie der geguckt hat. Da war er überrascht. Genauso überrascht wie er. So, tschüss. Okay. Das hätten wir überlebt. Nur noch der letzte Rest. Da, wo seid ihr denn? Da bist du. Tschüss. Na, falsch geschossen. Ich bin hier. Die, die. Schluss mit dem Lärm. Schluss. 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 So. Puh, okay. Das war ja was. Ah, okay. Die Lava Golems sind jetzt auch hier. Haben auch hierher geschafft. Na, das war ja was. Puh. Mhm. Okay. Na, wieder ein bisschen Ruhe geniessen. Schön geniessen. Okay, schon wieder vorbei. Aber es war wenigstens eine kurze Ruhe. Okay. Okay. Ich tippe auf zwei. Zwei. Zwei Biomechaniker sind draußen. Und noch ein paar andere Gegner. Okay. Watt. Ach, ernsthaft. Kommen da wieder welche? Ach, nö. Noch mehr Lärm. Ernsthaft. So viel Lärm. Kommt schön bitte hier patrouillieren. Das ist echt schön. Okay. Passt das? Na, nicht ganz. So. Hui. Und komm ran. Hui. Schön. Oh, da ist noch einer irgendwo. Da. Und komm ran. Und noch einer. Hui. Schön. Das hat Spaß gemacht. Okay, das ist der Schlüssel oder was auch immer. Das heißt, wir können dann weitermachen. Oh, shit. Die Arm- und Goldstatue. Schön. Nö, nö. Äh, shit. So. Bleib schön hier. Gut. Da ist er weg. Und du bleib stehen. So. Du bleib auch stehen. Bleib doch stehen, hab ich gesagt. Komm her. Toll. Schon wieder weh. Oh je, toll. Nein, nicht gut. Autsch. Okay, ich muss erstmal, äh, in die Ecke. Erstmal hier weg. Autsch. Verdammt. So. Okay, hier bin ich sicher vor den Biomechanikern. Denn hier kommen die nicht rein. Autsch. 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 Sind die meisten schon mal weg. Die meisten clears. Okay. Stirb. Das war übel. Du, 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 du. Du, 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 du. Du, 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 du. Schön pfeifen. Schade, nicht getroffen. Na los, komm ran hier. Lass dich treffen. Ich will dich kennenlernen. So. Jack, please. Na wert. Okay. Ja. Zahlen wir und dann gehen. Gehen wir. Wir haben hier alles. So. Wir haben alles bekommen, was wir wollen. Okay, was jetzt passiert? Was denn jetzt passiert? Aber es war ein scheiß Restaurant. Hier gehe ich nie wieder hin. Nie wieder. So. Schlechter Service und Schlechtes Essen. Und die Gäste erst. Die anderen. Die waren auch unhöflich. Haben einen angegriffen.